Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, hier heute mit einem freshen Hut am Start. Grüße an die Sponsoren. Da hinten qualmt es ordentlich. Heute wollen wir einen Tisch bauen, den haben wir nämlich abgerissen, der sah hässlich aus. Ne, eine Bank wollen wir bauen, genau. Und dann vielleicht einen Tisch, wenn wir es von der Zeit schaffen. Aber erstmal eine Bank. Eigentlich hatten wir geplant, eine Garderobe zu bauen, aber das ist auch wichtig. Das kann aber trotzdem warten. Und viel Spaß, ne, beim Video. So. Moin Leute, alles. Super. Warte, ne? Bio für dich Abfall. Na klar. Du nimmst die Schuhe. Otto, hat er mal über mich geredet? Ja. Pfehl。 Was unser Deal. Was hat er mitgecional, damit ichoredet wurde. Dass ich此 Besatz respeif thysoon in der Erbalung, Das finde ich für mich guten und mit dacht. Denn wir rechnen casi so selber. Der Teil wird preparedness an den gegen brigade letterhafen unter aver budgetiert. Das war's für heute. Moin Leute, herzlich willkommen zu der Abmoderation. Heute haben wir viel geschafft, unter anderem diese schöne Bank mit Moos ausgelegt, diese Bank gebaut und sie ist sehr stabil, man könnte sich auch drauflegen, ein bisschen Sport machen, ja, ist eine gute Bank, besser als die andere, die andere war zu hoch, aber da wird auch noch ein cooler Tisch entstehen, ja, mir hat das Wort gefehlt. Ja, bis jetzt besser als die andere, Tisch haben wir abgerissen, kein Bock mehr auf den Rotz, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Bushcraft Adventure Teil, ich hoffe, es hat euch gefallen, grüßt die Mutti, und dann haben wir noch einen coolen Spruch, Roadhouse, meine Kamerakollegen gucken mich behindert an, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bis dann, grüßt die Musik ? Musik Musik Musik